recht franz oder dekorat noch mehr so geben gehen wir hin die container sind zwar scheiß aber die folge sind ultra nice safe call franz novo weil richtig schall darf franz diese diese runde entscheiden auf in die top 10 ob in die top 10 also ab 10 bist du in den top 10 ne also so lange ne 10 da steht der franz macht das franz hat die fäsche ich traue ich glaube aber wetten jetzt nachdem die letzten beiden runden die nicht heute stattgefunden haben military zone war ist jetzt bestimmt niemals auf jeden fall ich weiß ja was man gemacht aber wir wollten dass die zimmern woanders ist aber wenn doch nicht in der kommende straßensperre machen nur wenn wir vier auch dahinter bettet das weiß ich mir gerne aber ich würde sagen wir haben ja ein bisschen skill um sowas schaffen zu können das sind nicht du du warst nicht dabei als wir hinterher geplant haben ich bin ich bin ich brauche das sind Sachen über die Stoffe aus hoffmann traf und ich immer wieder gut lachen können das kann er ist man hat immer noch die gute Position sie wurde nötig keine Ahnung es ist noch nicht sie ist die Metschung jetzt ist es so wie sie recht ist mit dem Motorrad Röst ist kommst du links ist glaubst du schätzt ins Zielstück ist es doch kein gelber tschätzt die an die ich denke auf die andere Seite kommen die Kommission ist bei neben der Brücke direkt ist ein Boot die Camouflage links von der Brücke Daniel ein Traumdachstil und schätzt wieder an ihr das ist ein Stein sorry ich fahre drüber hast du was? ja dann nimm Daniel mit drauf so lieber du schaffst ja eh bis rüber ne nicht ganz ne aber alles easy paar Meter kann ich auch laufen ja zieh dir die Zone jetzt mal an hab ich schon Pochinki Mann Endzone in diesem dreckigen Feld boah in Pochinki habe ich mein allererstes Dinner geholt mit Erik Du jetzt haben wir keine Ahnung drei Zonen bevor die allerletzte ist sind wir in irgendein Haus gegangen und hatten Glück dass unser Haus Endzone war jetzt entsteht auf jeden Fall noch ein Buggy auch mit Fahrzeugen hier weg ich danke dafür Raph geht auf jeden Fall nach dem Nice verdienten Dinner ich weiß nicht mehr wie viele Kills wir da hatten aber ich hatte auf jeden Fall mindestens einen und Erik auch war nicht schon zweier Team am Ende Schmeinbetten 1-1 also jeder einen von ihnen gehört ach ja dem wir – Herrn H� bat Amanda G H� 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 H הם H die Schöpfige den 8.000 Euro das ist auch so etwas ist so viel zu glauben dass es ist das ist es gibt mir mit meinem Kind es hat die Kraft aktuell aufgesammelt aus Schuss ich kann was geben das ist okay da macht man von Tauschungen ich sehe den dicken Lachs, er hat so viele Schuppen, ich würd ihn gern schrubben, lalalalalala. Bist du sicherlich, dass du nicht die Songs komponieren soll und du singst sie? Ich schreibe die Lieder, ich mache den Soundtrack, ich bin der Hauptdarsteller, ich mache Regie. Hast du erkannt, das finde ich sehr schön. Du auch Bullshit. Nein, sie sollen nur... Denn ich will geben. Denn ich will geben. Mit Christus Leben. Das war wirklich so eine Glückseligkeit, ne? Sind wir nie die, was so gehört. Der Film ist einfach toll. Ne, Daniel? So musikalisch gesehen auf jeden Fall. Was kann dann Klöscher geben? Bist du ja nicht, ne? Oder ein paar... Also wenn einer noch ein paar Pfeile findet, dann wäre ich schnell abgeneigt. Wie komme ich jetzt mit diesem Scheiß Container? Ja. Da ist doch ein Zweier Helm, warum komme ich da jetzt nicht drauf? Wie das auch da geht, nicht mehr auf den Crossbowl, was das denn für ein Bullshit? Ach ne, das ging noch nie, ne? Doch, ich glaub, ganz gut ging das mal, aber mittlerweile geht's so vielfach nicht mehr. Schon mal fährer wäre das Maximum wie bei einem 16. к study إن Ich bin mir performers nicht das ganze Tucker ausreichten, zur Segse ich glaube, dass es so war mit die tun die Tore kommen gleich von euch liegt auf uns künftig und zu nehmen das ist nur ein p es denkt auf jeden Fall die Moni-Mitschaft ist ja noch nicht so viel drauf gut mit der Weste wo man mit zwei Westen könnte ich noch gebrochen habe stattgefunden Bist du nah bei mir? Daniel, bei mir hier im Schuppen siehst mich hier, ne? direkt hier bei mir der Schuppen da ist ne zwei Weste drin du stellst mich jetzt vor einem moralischen Konfliktpunkt ich hab grad ein erweitertes Magazin gefunden soll ich das dir auf die auf die Dings setzen auf die VSS oder soll ich das auf meine Dauerfeuerwaffe setzen? wenn du nicht mute wärst, dann könntest du da natürlich drauf reagieren aber... ah, ja ich hab dir Nacht auf die Kach gepackt naja, okay, dann... dann hier übrigens ist das nicht beides es ist schon zwei Helden ich hab grad noch ein 3er Scope gefunden, falls jemand sich gebrochen kann gar nicht da braucht man einen Sieber wenn noch so'n, so'n Klappschaft für die UC irgendwo gesehen, ich brauch noch ne Scheißfest... oder? warum liegt hier keiner? äh, ich glaub nicht... ah, ich hab einen dabei ich hab einen dabei, Daniel nice nice oh, jetzt sie kennest du Hans hat das Spiel verstanden also ich geb dir auch nach damit wieder äh, ich hab schon acht auf der Kach wenn du also... drauf hat mir's schon draufgekommen, so wie ich das verstanden hab ja, pack die Bolzen ein, die Bolzen, Raph, die Bolzen die Bolzen, rauf wieder raus Bolzen 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 aber wie wir dann die... drei Junden wieder im Gang stehen beim Raph Raph schreibt wieder aus, geht nicht schön hoch herrisch ich komm ja von da wie so'n ganz dämliches... du kanntest dich da aus, ja ganz dämliches Bild eigentlich war mein Ghetto schlose boah, toller Drift toller Drift ja, nice hoffentlich ist hier keine Straschensperre sehr schön weißt du, seitdem's den Übungsmodus da gibt, ne? also echt nice, ne? haha du nimmst dir eine Karre und du driftest ein bisschen drum dann kennst du die auf einmal dann kennst du so Berge wie hier runterspringen aber ich zeig euch, dass es nirgendermaßen ist was der Larde habt ihr irgendwie zu viel Push? ich hab zwei Energy weil jetzt, nachdem ich mich hier einmal hochpfeile, dann hab ich nichts zwei Schmerz, ein Energy das ist jetzt nicht so... äh, kann seiner Schmerz noch besser sein sag mal so nirgendermaßen sag mal so nirgendermaßen sag mal so nirgendermaßen sag mal so nirgendermaßen ein Schmerz kann ich auch drücken das wäre ganz, das wäre ganz nice weil wie gesagt, ich hab nur den den einen Energy mhm oh, Zunglück oder was? einfach mal zu den nächsten Häusern wenn du was ist, tut mir die ich hab ne stark unter Kontrolle gehalten ich hab ne Uzi easy ich hab ne Uzi easy ich hab ne Uzi easy ich hab's gesagt und raus oh wow, du hast mich schon befahren oh sorry haha das ist ein Energy aber der Auftritt war schon nice ne ne Sanitas das ist schon gewiss mach noch n zweier Helm und ne zweier Weste ne aber ich hab grad einen zweiten Energy gefunden hier sonst ne zweier zwei Rucksack oh, Schalli oh, Schalli oh, Schalli Schalli für die Pistole nice aber wer braucht vielleicht noch n Achter, die sie ich nicht also ich ich hab ganz absolut gar nicht verwendet vielleicht finden wir hier noch das Alter nicht dringend ach komm, wir lassen uns alle mal hier oben dann können wir alles hier rausschmeißen Raph, ich hab dir die VSS auch hier oben ins Gebäude hingelegt, ne? dann kann ich mir das Teier nehmen, oder? äh, ich brauch's nicht, also ein Newton kann hier auch noch mein Shit dazu geben ist nicht wirklich was tolles äh, kann ich das Dreier nehmen, oder? das hat sich nicht gebraucht, glaub ich ach, Moment ich hab noch äh, lauter Dreier guck mal also, Dreier könnte ich auch gebrauchen, ich hab bisher nur einen Spire ja das Dreier setze ich mir jetzt nicht auf den Crossbow ach, äh, Crossbow hast du doch noch nicht Crossbow, komm hoch K4 liegt die VSS so hier liegt die K4 das, 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 das und das nach nein ja, wunsch, du hast noch die, die, die äh, Le monestro ja, ich hab nur 12 Schuss leider äh, welche? siebner siebner zu den Leuten nicht ich habe auch mit reißen schön ich habe vier Kästen auch jemand Kasten Kasten wird es noch mehr der Zweifel auf die Kässe noch ein Fünfer-Magazin Franz und Fünfer-Magazin bräuchte ich auch noch schon ein 30 Schuss 1 so kann ich noch aber das ist ja auch er er wobei ich auch für 150 VSS Schüsse ja ich habe dann wenn es ist was dann gibt es dann gibt es kommt Prozent nur der Bewerber schießt und vieler dann können die in die ich bin noch mehr in die ich kann ein bisschen die nächste Dimension mit der VSS noch weiter schießt und jetzt sind von der großen Reihe was ist keine wenn wir nicht so Doch, doch. Äh, doch würde ich nehmen. War hier von euch schon jemand hier unten? Ja. Okay. Wo unten? Da unten? Dann ist hier offen. Ich war auch im anderen unten. Es kam gerade eine Karre, ne? Es kam gerade eine Karre. Das hab ich nicht gehört. Okay. Das Haus ist cool. Weil hier ist auf jeden Fall offen. Wo ich bin. Keine rote Zone? Ne, ne, im Gebäude sind die Tieren offen. Okay. Herr Franz hat schon vergessen. Ne, ne, ich bin nicht ganz zu Hause. Aber warum haben die Gebäude bei uns oben nicht mitgenommen? Das ist dann ja die Frage. Zum Wacke? Oder jemand den hat abgeholt. Oder die beiden Häusern da sind Highloot. Oder die waren bei den ersten beiden Gebäuden schon alle Highloot ausgerüstet. Als ob die durch Rachs Lagerhalle gelaufen sind. Dann brauchen die die anderen Gebäude einfach gar nicht mehr. Ja. Ganz genau. Gut. Das sieht jetzt hier wieder geschlossen aus. Muss safe call lassen. Ah ne, hier ist auch offen alles cool. Also nicht alles cool, aber ist auch offen. Hallo, Kinder ist hier oben einer drüben. Leg den Daumengriff. Brauch jemand einen Daumengriff? Nö. Ich brauche noch einen Köscher. Hätte ich mitgenommen gesagt, dass er noch dringend eine Weste bräuchte? Ich habe jetzt eine Weste auch. Aber eine 2er wäre ich mittlerweile eine. Ne, ne, Helm. 2er Helm brauche ich unbedingt. Falls jemand irgendwie... So wie ich macht, dass es überhaupt ohne Helm, ohne Weste geht. So wie ich habe. Das hat ich einmal auch gemacht. Das hat mir immer auch gemacht. Falls ich immer noch irgendwie 15er Moni-Pack-Sieben oder sowas finde. das kann er gerne einpacken. Bisschen mehr Moni-Pack-Sieben, ganz geil. Ich habe das jetzt beim Laufen-Pack-Sieben, ganz geil. Das ist das von Mini-Sieben, und das ist das bei mir schon zu diesem Gebäude. Nein. Naja Was? Ja, perfekt Schrummidee Einfach linkslich Hier auf jeden Fall offen Bei mir Na 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 Für die Häuser hier mag ich doch echt gar nicht, ne? Wir haben nur einen Chip mit denen Nein, also hier ist ein... ...irgendwas in der Zeit Die Aufmerksamkeit sind nicht so aus Weil die haben nicht... Also hier liegt noch ein Kasten, hier ist gerade gesnackt ...herber so Die sind nicht gelübt, die sind nicht so aus ...die Balkon Tüller geöffnet Ja, also hier ist auf jeden Fall was gewesen, aber wie gesagt ...so, ich hab auch... ne, Franzi sind noch mehr Köcher wenn er nicht geschehen ob man ich will natürlich die die siebener munition haben sie hier mitgenommen sie können was andere lassen die liegen und die sieben Das ist der Franz, da ist der Franz. Na na, na na na! Danke. Danke. Moment! Moment, Franz! Komm zurück! nicht und mit uns und die Finanzen Prozent dreißig es ist wichtig dass er zu tun es nehmen aber nicht einfach nur die Szenen der Anstrengung ja so ich muss jetzt aber in dem Fall die Strafe ein mit vielleicht aber nicht diesen einen Lackstatt war es immer noch mal ist auch manchmal mit dem mit ihm mit der Armbrust gemacht einfach mal blöd in die Luft schießen irgendwo in der Richtung diesen Eintreffer warte ich noch zugewiesen zu sein, ich hab ja auch grad noch ein Energy gefunden Lied muss ihm da das ist die Schuss das ist also ganz so für ein paar Zimmer noch so auch noch die mehr braucht ganz so viel brauche ich nicht aber 20 Schuss oder so wird ich mir davon gerne braucht jemand siebener so, nein dann nehm ich mir alles, dann kann ich in Ruhe schneiden ohne auf die Monizmachse wenn nicht was brauchst du? ich brauch gar nix ich hab nur gesagt mindungsvolle Dämpfer MP liegen hier noch um so ich hab hier noch einen halben Griff zum Glück bleiben wir hier bewegen wir uns ich hab bisher noch gar keine Schlüssel gehört in dieser Runde oh hier ist noch ein Scheidämpfer DMR genieße den Viva Hätt geschossen zwei Care Packages auf Norden ach lol was sagt ihr, wo gehen wir hin? sind wir beide drauf? beide, also Rapp und ich mir egal ehrlich? ja, der lag da mitten drin, halt wo unten wenn die Care Packages ein bisschen weiter näher bei uns runtergekommen wären, dann hätte ich da eine supergeile Sicht drauf gehabt, der komm, wir bleiben dann einfach mal hier aber wir sind auch über dem Hang ja, das meine ich halt, wenn die noch auf unserer Hangseite runtergekommen wären, dann hätte ich da super hinblicken können dann auch mit dem Schally jetzt also das ist schon auch so gewesen wo ist der Schüsse? ja, bei den Care Packages bei dem linken Care Package genau zu sein ja kommt, zieh sich einer hinter den Hügel zurück, damit ich draufschießen kann ich mich von dir ausführen ich dich sehe nee, da ist ein Baum dazu ja nee, da ist ein Baum dazwischen, aber ich ja, da ich weiß, dass du da bist, sehe ich dich, ja jetzt auch mal Schüsse ein bisschen weiter rechts, oder? die sind links, die sind weiter links 2,10 also weil du so bei mir schaust, wie ich hinschaue jetzt nicht auch einmal, habe ich nicht einmal einen schussweit rechts gehört? nee noch da okay dann stand ich wahrscheinlich nur so gedreht, als vorne und hinten nicht unterscheiden konnte dann kommt ja auch, wenn man auf dem Auto vor der Stelle weiß, wo vorne und hinten ist und sonst geht's ja, links und rechts ist kein Problem, neut wie gesagt, manchmal vorne und hinten ist ich will nicht unterscheiden ja, links und links ja, wo die ist jetzt sogar da okay, Franz ist schon in der Zone so ist unsere, aus unserer Rischen habe ich noch nichts gesehen, ne ich auch nicht, ne nach nichts gehört guck auch schon mal direkt, dass ich mich positionieren kann wir wissen ja auf jeden Fall, dass hier hinter uns noch was zu finden ist und die über uns beim Cared Package aber vielleicht haben die sich mittlerweile wieder zurückgezogen ich habe jetzt einen auf 340 an und halt dann die 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 Ja, da läuft er. Ja, da läuft er. Ja, da läuft er auf ein 2. 2,40 oder 3,40? Ja, von mir 2,40. Stein auf 2, 80 von mir ist es einer. Und auch von... na genau, von... 2,65. Ach komm schon! Einer ist down. Ein bisschen weiter vorne ist noch einer. Ich bin auch fast down. Ach so, das ist der, der down ist von Franz, okay. Gut, ich wurde geholt. Ich hab den Ghillie Suit einmal angefragt. Ich geh Daniel retten. Gib mir einen Feuerschuss. Bester Ghillie Suit, auch was Daniel. Noch einer mit Shally geschossen. Nee. Okay, ich geh wieder zurück auf meine Vorsicht. Der ist noch die andere Seite, also links grad am Baum ist der. Zuletzt gewesen. Ich hab mich jetzt auch mal... Habt ihr noch einen Hit gedrückt, den Ghillie Suiten? Ghillie Suit Typen. Selber Stein. Ja, 14, 15. Ist down. Heißt Daniel, du hast den. Der andere? Der ist bei einem Baum, der Ghillie Suit Typ. Da kommt jetzt auch eine Karte. Daniel, der könnte dich sehen, wenn er an dem Baum vorbeiguckt. 250 der Baum. Der ist in der Zone. Bahn. Hab einen down. Oh nein, ich hab Daniel down geschossen. Das ist kein Ding. Ist noch ein Typ. Ja, zwei down. Ich werd beschossen von oben, aufpassen. Der wird auch beschossen. Der wird auch beschossen. Der wird auch beschossen. Der geht wieder von einem Stein. Der beachtet uns nicht. Der beachtet uns nicht. Der ist tot. Und weiter oben bei ca. 290 ist ein Typ hinterm Baum. Ich musste gerade Daniel Heinz, sorry. Ich hab ihn down geschossen. Das ging nicht anders. Komm, wir verziehen uns ein bisschen hier, oder? Scheiße, ich hab nur noch 24 Schüsse. Heim mich erst. Äh... Das kam. Kann man nicht irgendwie hier einen Typen looten? Moment, ich guck mal kurz, ob bei Daniel die 5er Muni hat. Da ist noch... Da hinten... Noch einer hinterm Stein. Oh ja. Und hinterm Baum. Den Stein und hinterm Baum. Franz, ich hab 70 Schüsse eingepackt. Die kann ich dir geben. Warte, wir sind schon ein bisschen weiter oben, ne? Aber wir müssen jetzt weiter. Du musst jetzt... Angeholt. Der ist direkt gestorben, ne? Der Typ, der noch hinterm Stein war. Ja, direkt gestorben. Also, easy. Oh, scheiße. Du bist mir von rechts. Ja, rechts, rechts, rechts. Ja. Wenn man ein bisschen den Bogen links laufen, dann sieht man es ja nicht mehr. Und die Zone tut weh. Uiuiuiui. Ah, einer drückt mich. Ah, Leute, jetzt liegen wir hier alle hinter Stein. Franz, ich hab dir hier Muni hinterlegt. Ja, von dir sind weitergelaufen. Ich hab gesehen. Danke. Wir haben leider keine... Keine Kästen mehr. Nein! Ah, scheiße. Ich wollte geholt hinter dir. Ah, fuck. Ja, sparrig. War grad am Heim. Hab ihn dauer. Ah, da ist noch einer links! Hab ihn, hab ihn. Beide tot. Ich muss da eine zuerst heilen. Nein, Granate! Oh, ne! Das gibt's nicht. Nein! Und noch einer. Boah, die zwei Granaten waren böse, ey. Ich habe nicht mitgekriegt, wie die aufgetitcht ist, oder? Der ist, hab ich auch nicht mitbekommen. Der hat die schön lange gekocht. War das auch vom 2er oder vom 4er zum, was die Granate gebrochen hat? Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich grad auch nicht. Das könnte auch das 2er gewesen sein. Aber zwei Typen habt ihr ja geholt, ne? Ne, mein, 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 zwei Typen ist direkt gestorben. Also, das Team war tot, als, als, als ich den zweiten geholt hab. So. Ah, dann mit der einen Granate kriegt der zwei gekillt und misst noch da oder? Ah, die war böse, ey. Die eine Granate war richtig böse, ey. Mhm. Ah, Mann, ey, die Runde war eigentlich richtig gut. Ja, Mann, ey. 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 Ja, Mann, ey.